Was? Nein, das ist Knife, Alter, Knife. Secher. Und es wird der Fight, der Fight, der Fight. Äh, 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 äh. Geht, geht's los. Leute, wir leckt es. Ich komm gleich dazu. Wo geht's lang? Ja, nach rechts, Mann. Rechts. Einmal mal gucken, Alter, auf Radar. Steht. Aber Leute, denkt dran. Macht einfach so, als ob es nur ein Map ist. So. Ja, ja. Ich bin aufm Assport gelassen. Ja, ja, er läuft auch. Junge, Piz, wie los sieht das alles aus? Ach. Ja, kommt doch, Messerstecherei. Wir haben einen Albaner und einen Türken. Es kann nicht schief gehen. Wir haben zwei Türken. Dann haben wir noch einen 2-Meter-Boy, der hat lange Arme. Kevin ist auch ein Türken. Und einen 3-Meter-Boy. Ja, Kevin ist halt auch 90% Türke. Ey, was ist das? Geht rein, Junge, was wir jetzt rein haben. Ja, man stecht sich ab. Ja. Egal, egal was passiert, Alter, wir sind die besseren Messerstecher. Ja. Ja, ich glaub, als was ist denn das jetzt hier besser? CT. CT ist passiv. Die können halt nicht rushen, Bruder, weil alle 3 nach rechts werden. Ja, Mann. Ja, Mann. Und einen langen Hose gucken nach rechts. Weißt du, ey, ehm, das ist geil, wer? Leute, ich mach... Wo geht's denn hier zur Mitte? Ach, Richtung B. Ich mach Mitte. Ich will auch Mitte facen am Anfang Ja dann lass er dann das beide machen Ey aber ganz ehrlich das ist halt der übelste Terror Map oder? Da spende Mit A Ich kam mit der Scheiße Oh mein Gott ich hab grad Hey wie komm ich hier auf kurz? Guck wie kurz aussieht B drauf B rush Warum ist denn keiner B gegangen? Ich sag noch nicht die Mitte Ja Er hat ne Tag 9 Ja keiner ist B Soll ich direkt? Ja Head ist doch unser B Spieler Halt die Fresse man Ich hab Sorry für den Header Ey ich muss grad ganz nicht verschwimmen sollen Ihr sagt beide Mitte an Ja dann wir Weil da ist ja Oh egal Du kannst ja wohl wissen dass keiner Dass keiner B war oder? Ja aber Leute B ist halt echt Also bitte mal ne Smoke da ran Ich bin A man Kevin und Commander Deck Mitte und B Fertig aus Ah fuck ich glaub immer falsch man verdammte Kacke alter Ja Wieder B Ja man kann echt wieder B Ja B kommt Oh meiner Ey man sieht kein Damage Geht man auch nicht Bitte Boah Mitte kommt einer Ja man Ja man Läuft Läuft Also ich glaub ich hab mich schon ein bisschen drin gewinnen Mann Ich komm einfach Ich komm nicht Langflash 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 Ich bin halt Auf meiner Nase hat ein Head glaub ich Drei lang Drei lang Bin komplett falsch gelaufen ne Drei lang Vier lang Alle kommen lang durch Ach so vielleicht Ja lang steht Ah meine Muni alter Da machst du Dix Das fühlt sich halt echt an ne andere Map wenn du auf Kurz stehst Ja sag ich doch Alter Ich will ne ganz andere Map auf kurz man Wenn ich wohl die Kurz decken muss Ach du Scheiße man Ey Sandro willst du's mal kurz geben? Willst du's mal geben? Ja ich weiß nur auf jeden Fall wir kaufen jetzt Let's go let's go Ey ich will auch immer woanders lang laufen das ist voll krass alter Smoke Paradox ist schuldig Ah na lange Flash Yes Der geht zurück Biba Ja da lo da lo 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 Oh Ja aber kurz sieht halt echt komplett anders aus als ich eigentlich war Das ist richtig behindert Wann mach schon mal? Jungs hier sind T spawnen Zwei T spawnen Wo ist denn T spawn überhaupt? Achso Nice Junge ich schnappt gar nichts alter Komm mal da weg Oh das auch hält Kein Damage text Wollen Katastauten Noch T Weit Einer Katastauten Einer T spawnen Richtung A B Grenade out B Einer ist immer noch Katastauten Was ist das für ein Molotow alter Was ist das für ein Molotow alter? Naja Ihr müsst unbedingt Ihr müsst unbedingt Agro gegen dich spielen Ich schwöre alter Weil die wissen es auch nicht Ich bin einfach Mitte hoch gerannt Und der hat irgendwie in die Wand geguckt Der eine Vielen Dank Für die Donation Von Ah Schau ich gleich nochmal Ah fuck ich lauf wieder falsch man Fuck Bist du brain afkar oder was? Ja Die Map ist brain Bist du brain afkar? Schön zumindest Noch einer Warum bist du mich mit B alter? B 2 3 3 3 Alle B Einer Katastauten Onspot und Doppeldorst glaube ich Ja ok warte mal Das können wir holen Das können wir holen Einer ist vor Katastauten Komm wir tiebe ich Einer ist hier rechts in der Ecke Der rechts vorne Ja holt mich Einer letzter Onspot Schön Schön alter Wir haben keinen Kit Wir haben keinen Kit Achse Kriecher? Glauben wir nicht Kannste eh nicht mehr weglaufen Natürlich schaffste Ich hab den Bomb-Timer studiert Oha Nicht schlecht Terrorists win Oh Mann Wollte ich eigentlich jetzt nicht so schreiben So wollte ich es schreiben Passt du durch die Wand Holztüren oder? Geil Ja Holztür GG Mann Das ist halt noch einer Pass auf Pass auf Das ist Action ey Ja aber geil Bomb ist hier down Point Flashbank Da ist immer noch einer lang drinnen Geht bitte nicht down Rush a T spawn Rush a T spawn Noch einer Also einer ist lang Einer noch vor lang Hat Hits Vor lang double doors Vor lang double doors Kommt rein Nein Bomb down Und bedauern Auf 18 Sekunden 18 Sekunden Ah Naja musste da vorne sein Ich weiß Wollte grad sagen Der sneakt halt durch Ich glaub Dreh schon mal irgendwas Ich hab durch diesen Fake Gesteppt Noch mal ne Pistel L Subs L downtime Der komm zu mir in der Mitte Wenn ich sterbe hast du mit n satisf Megan Woica Was das nochmal Was was Komm komm kurz einfach Keiner zu drone Pass mal B auf B B B B krass Was ist der Ent sorry Ich bin direkt drin, up and down, alle, alle drei B-Spot, du kannst Cutters pushen, push schnell, push schnell Cutters. Pushen, 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 pushen. Onside. Oh, das war nicht gut. Einer Spot, einer, zweiter Stein. Onside, onside. Nice. Loch liegt in der A, wenn noch eine, wenn die eine will. Hier, ich nehme sie. Also eine zweite? Nur kurz. Oh, auch nur D-Load, da sage ich doch nicht nein. D-Load? Eine D-Load. Komm mal irgendwas. Und vier liegt einmal. Das ist ekelhaft, Mann. Was ist das? Oh, wieder nie. Komm Spenio, paar Fracks jetzt. Komm, komm, komm. Ja, 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 ja. Auf geht's. Bruder. Kommt da was lang? Oh, ich glaube lang kommt. Ich glaube lang könnte kommen. Lang, 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 lang kommt das Ziel. Komm wir da. Oh Gott, ich hab so'n Low. Er gibt mir halt. Lang kommt vor, lang kommt vor. Ich hab so'n Low. Meine Fresse. Wer war das auf Spot, der nicht gefällt hat, nicht eingeholt hat. Wo kommen die denn? Ach, ding. Warte lang. Ich hab noch Brat drauf. Ja, ich bin mit AWP, die haben halt Eko. Du musst halt einen mal holen, Mann. Das ist halt echt... Ich weiß nicht, wo ich hin gucken muss! Ah! Alter, das ging. Ey, ihr müsst unbedingt einfach da wo sie kommen. Einer muss vorne an der Kante, jeweils eben einer helfen, Flash. B und lang. Die rushen immer nur. Wenn die da rausrennen, Flash. Das zieht rum und du hast zwei, drei killt oder so. Ja, nochmal. Ja, mach das mal auf lang. Der macht nichts mehr auf. Der war noch das Modestand, Mann. Die haben alles genädelt. Kann da nicht. Ich hab versucht rauszugehen. Smoke! Throwing Flashbang! Ehm, Mann. We're dead, jetzt. Kein Mitte raus? Da steht AWP. Warte, siehst du was? Wer kann die Ecke bringen für dich ab gleich? Aha. Das sind zwei Cutters, oder? Ich bin blind. Gar das ohne einer. Hat das. Flash-B einmal rein. Ja, fuck. Einer. War doch einer kurz gleich. Hast du? Einer kurz gleich. Ach, gar das. Problem. Bleib mal kurz. Einer vor B. Ja, kurz kommt. Fuck, Mann. Ich hab halt keinen Damage-Taxe auf dem Kackse. Ich hab mich gesehen. Ich hab mich gesehen. Ich hab mich gesehen. Was? Was? Und dann kannst du nix machen. Ich hab das, was. Oh, jeg. Safe. Ach, der ist aber noch da. Ey, rushen mich schön, aber auch noch, man, man, weh pushen, lang pushen, campen gegen die, nicht pushen, dann campen wir ab. Ja, aber, keine Ahnung. Warte, wo soll man mal ein bisschen pushen, ja? Jetzt, warte, das. Bist du mal lang, Sandro, soll ich mal kurz hier ein bisschen freilassen? Was ist so? Jo, ist richtig geil, Mann! Hehehe, meiner B ist schnell, was ist das? Ja, ich komm. Der ist voll, dass er hier abhängt. Er ist schon... Weiß, noch einer. Einer noch T-Base. Boah, ich bin mir gar nicht... Einer noch T-Base. Kannst du mir ne Waffe drüben oder so? Ah, guck mal, ey. Fuck, der ist halt echt noch T-Base. Am Loch. Einer auf B. Voll! Voll, voll voll nach rechts. Ey, ich komm absolut null auf die Scheiße klar. Ja, Spendyman, du hast halt echt einen Frag, Mann. Das ist halt so low, Alter. Schon den ganzen Tag ist das so. Ja, aber ich weiß nicht, Alter. Du denk dich halt mal an, dann hast du halt auch andere als Flashpensel. Ich will nicht W gehen, ich will nicht Power gehen, Alter. Ich bin immer alleine auf W, Alter. Das ist doch echt, äh... Ja, Crystal muss doch mit dir Mitte und W machen. Verstehe ich halt nicht. Ja, ich bin jetzt Mitte. Mal Tower, mach, komm her weg. Ja, ich glaub, Syringe ist vor ein bisschen... Lang kommt jetzt. Schön. Noch einer lang. Noch einer lang, Minus. Hab zu eins, zwei. Soll ich dich auf A boosten? Komm, ich booste dich. Du kannst von Lankas hier in die Sonne. Ich flash dir rechts in den Rücken, dann drum, wenn du willst. Nee, nee, schau mal. Langes G6 von euch, ne? Ja. Alter, mit zu oben. Facken Rates. Wo denn? Leise, leise. Oh, ja, lang steht. Halt mit AWP oft. Bei lang. Oh Gott. Ey, wieso spiel ich eigentlich mit Chris? Das ist müde. Alter, ich... Können wir nicht grausen? Ich kann aber spawnen. Mein Min... Äh, mein Game ist weg. Ey, wegen Burak, Mann. Der ist nicht mehr. Der ist nicht mehr. Der ist nicht mehr. Alter. Der hat den Burak, Alter. Der hat den GIF gemacht nach dem Gaming in mir. Der Hunde vom Burak. Kannst du mich mal kurz boosten auf A? Und mal einer mit B kommen. Muss mich mal einer kurz boosten. Ja, Mittelspieler muss noch rein. Ich geh jetzt mal mit B. Oh, ich weiß nicht. Was küsst du da die ganze Zeit? Ey. Oh mein Gott. Ich geh auf B mit. Der B ist doch einer, oder? Ich stehe B relativ diff hier, Mann. Ja. Deploying Flashbank. Flash B einfach. Wenn B kommt, ich flash vor die Big Box. Geht einfach zu zweit bitte auf den Spot auf B. Okay? Hallo? B kommt. B kommt. B kommt. B kommt. B kommt. B, 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 B. Oh, verschieben oder was? Nice. Noch einer. Cutters. Lass mal, bleibt auf Mitte. Dann Cutters unten. Cutters unten, der letzte hat Hits. Hat Low HP. Ich weiß, dass Cutters unten links ist, aber... Auf geht's. Geht auf. Komm. Lass jetzt noch die restlichen Runden holen. Und dann als Terror, also ich glaube das ist eh Terrorseite. Weil, ja, kannst du halt einfach drauf pushen. Die raffen ja nichts. Kann mich jetzt mal einer Cut pushen hier unten. Einmal. Wie geht denn der Felix eigentlich so ab? Hier. Hallo. Ey. Ja, von wieder ist keiner B, Alter. Ich... Blank Down Smoke. Blank Down Smoke. Grenade aus. Die blöden Flashbank. 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 Blöden Flashback. 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 Mann, das ist so ein Scheiß mit den Holztoren. Der wird halt direkt auch abnehmen. Wohin? 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 Also einer war lang double. Einer kurz vor mit Bombe. Einer Palme. Bombe. Wo deckt ihr? Wo deckt ihr nicht? Schieb mal von B. Ich bin auf A Spot. Warum soll ich denn von B schieben? Ja Richtung A, wenn die kurz durch... Siehst du kurz? Da ist nun nichts. Aber ich muss auch gleichzeitig lang gucken. Es ist so ungewohnt, Mann. Waren die Sekunden, Leute. Mach du B. Ich hab B. Muss B sein. B. Mal doppel Molly auf B werfen. Boostet mich jetzt einer kurz. Ja Spendi. Wäre das möglich? Was? Als Coachspieler ist es doch selbstverständlich. Ey ganz kurze Frage. Guck mal mit B jetzt. Ich geh B Commander. Ich geh B Commander. Hast du Molly? Nein hab ich nicht. Ja hast du nicht. Guck mal. Ich hab Abermann da rein. Wir haben jetzt zwei APPs. Incentiary. Deploying Flashbang. Renade out. Deploying Flashbang. Ich hab grad das unten. Ich hab lang. Ihr könnt beide kurz stack nur damit aufgehen. Oder irgendwas. Ich hab kurz Mitte komplett. Da ist nichts. Lower ist auch noch nichts rum. Bist du ein Lower? Zwei haben ihn low, Mann. Komm kurz, gehst du raus? Ne. Lower ist rum. Zwei kurz. Zwei kurz. Zwei kurz. Zwei kurz. Zwei kurz. Kurz durch auf A. Tut mir leid. Tut mir einfach nur leid. Ich bin so schlecht, Alter. Unnormal. Kurz die Knämpf hier. Evil, Bruder. Evil. Er steht da schon, Mann. Ich bin mal ne A bespenden. Alter, ich kenn was. Nur ne klar, Mann. Ich schwör's dir. Ja, Spendi, dann steh doch mal kurz auf. Lauf mal ein bisschen so, keine Ahnung. Das ist ja, das ist ja furchtbar, Alter. Auch vorhin da mit AWP. Das kann nicht sein. Kannst du nicht alle. Geh mal einer jetzt mit B, Mann. Ich geh an. Jetzt mit B. Was ist das für das? Mann. Was? Deploying Flashbang. Deploying Flashbang. Deploying Flashbang. Deploying Flashbang. Hat das Stepp einer? Bitte nicht Fade. Ich bin da AWP ab. Oder sie. Die AWP. Mitte oben. Ey, willst du nicht hinter der Bigbox oder so? Nein. Ja, Katas kommt, glaub ich. Nee. Mitte raus einer. Mitte raus. Sie gehen B. Es wird B, es wird B, es wird B Cut das, cut das Zwei plus cut das Das ist der letzte Cut das Cut das Raus Raus Renn Das gibt ne Gottes Willen Das ist eklig Puh Puh Ja Spendi müssen wir das nächste mal auswechseln Das ist ja abartig man So Eja, alter So, was geht? Was machen wir? So, äh Ja lass mal probieren Ars Blut, Ars Blut oder? Wie bei Ars Blut Ja Das war so ein B, es ist egal Ars Blut, also ist das nicht Shit, Rübe Ah, das wird nicht geschlossen Durch die Tür Es sind nur zwei Arten Feiermagier Bauen Bauen Oh, ey kann den mal einer holen auf Und zählt der, zählt der, steht Zwei CT, zwei CT, ich leg jetzt einfach Nice Kevin, ich glaub der letzte Step zählt dem, wenn ich mich verhört habe Base Base ist der Der rennt zur Mitte Der hat glaub ich Kevler Der kommt Mitte rein jetzt, du hast drinnen Jetzt seh ich nix mehr Der kommt auf jeden Fall kurz oder lang Also kurz oder lang Wahrscheinlich kurz Ich hab kurz Ich hab kurz Ich hab kurz, ich hab lang Ich hab 10 AP Guck mal bitte lang Ich hab lang Kurz Kurz Ich hab kurz Ich hab hier null Fokus ne, das ist so krass Ja ja, absolut nicht Lang noch Lang weg, links weg Lang noch Lang weg, links weg Ja, einer ist lang Und schräge Spot und lang Er ist halt echt so ein Spot, Mann Was das Fakt Ey lauf doch Weil ihr wieder alle woanders hin rennt, Mann Versteh das Schill mal jetzt Bleib def Bleib Ich hab dir gesagt, einer ist lang Vor 5 Jahren schon Schhhh Der hat dich gesehen ne Das ist die alte Map, da kann man nicht legen So wichtig, Alter Ey aber Leute, das ist halt auch wieder so Kein Refrag kommt da auf den Spot Weißt du, der holt mich weg Und nur noch 2 Leute mit P2 Ja mich als erstes, weil ich halt nicht hingeguckt hab Aber wenn ihr alle 5 gehört Hätten wir die Runde halt gar nicht so gut gespielt Ja eben 4 & 1 oder so gewesen So jetzt nochmal das gleiche, Mann Komm Auf gehts Ich vielleicht einmal umtrennen Versteh nicht, wie gerade alle gegen Pistole 2B Also bitte Mitte raus B hoch Es sind 2 Pistole Einfach bitte alle Wohin? Ja, rechts, rechts B Mitte raus B hoch Okay Jetzt sind noch, jetzt sind aber Cutters Okay, den hast du noch 2B Jetzt sind noch 2B Kann Ja 2B Er Ist Cutters Bombe Cutters Bombe Cutters Bombe Cutters Er pusht Richtung Mitte Er pusht hinter euch Mitte Ja ja Den holen wir uns Der ist hier davor Alter Spenden Alter Spenden Du hast da noch nicht mal einen Frack gegen Pistole oder alles alter Ey, der Spenden ist dann 5 auf dem Ars, aber die sind einfach in einer Reihe geraght Rack Cool Wollen wir B-Rack mit Sandro? Ja, ich rapped, du meinst Der Sandro Ist das nicht weg, alter Ich rush B Ja, er ist rush mit B Keine Ahnung, was das ist dann Ja, keine Ahnung Ich wusste, ich weiß es nicht, Mann Alter, A, du meinst Was das für ein Scheiben Nett Wie ist denn mit? On-Spot noch einer On-Spot, on-Spot, on-Spot Hinter den Schön B-Frei Smoke die Doors Du Fightest nicht so krass gegen die Doors Weg Ihr gebt euch hin Ey, ich fau noch übelst lange, bis ich da bin Habt ihr Cutters? Du hast noch eine Smoke, das ist noch eine Smoke an Okay, Doors Ah Flashback Throwing Flashback Wir wollen jetzt hier Du bitte lock Doors weg Du kannst Doors weg smoken Ja, Doors, Doors, Doors Cutters, komm hinter dir Und Loch jetzt Nein 2 Loch 2 Loch 2 Loch Deine Ordnung, schaffen sie nicht mehr Ja Ja Wenn du noch überleben würdest, dann würde eine GG sein, oder? Nächerlich, zu viel Damage die Bombe Wir haben kein Geld Brauchen wir ein Bego? Wir haben kein Geld Ja, wir haben gut Beespawn, das machen Das machen wir Ach, ich renne mit zur Rundflichter Ja, der Rest spielt, bitte Ah Ich renne mit zur Rundflichter Du hast aber die Bombe Du hast aber die Bombe zu bewegen Dann kann ich jetzt hier rechts laufen, Hits Ich weiß alles, Bruder Ich weiß Ich bin kein Aster Flashback Grenade 2 Links Ich bin tot genaded Lauf doch, du bleibst nicht hin Ich bin hängen geblieben Smoke Links closed Der Smoke Noch einer closed 2 noch am Auto Nein, Hagel Ein ganzes Magazin Shit direkt vorhin Ja Fack mal Cutters den Bego, bitte Ich will mal mitte schnell rausgehen Fack mal Cutters Also mit das überhaupt in der Flash Ich hab sowas dummes los noch nie in mein Leben gesehen Also, falls wir verlieren sollten Wir haben die Aussage Wir haben zu viert gespielen, Leute Auf jeden Fall, Alter Auf jeden Fall, Alter Er sagt Bego fake Wir sind zu dritten Cutters Ja, ich weiß auch nicht, was jeder macht Ich hab gesagt, ich wollte mitte rausgehen Ey, was? Ich mach mal Bombehead, Mann Junge Ich traf halt gar nichts von euren Ansagen Alle flamen ein Und lacht ihnen aus Schilt mal jetzt Schilt mal jetzt Ich wollte mitte Ich hab nur n Einer A Spot Ne Das war's mit CSGO Erstmal heute, Alter Der Paradox riecht halt auch so krass manchmal On Spot A Müsste aber Leute, wir müssen ein bisschen schneller spielen einfach Eine ECO, oder? Na Pistol Drops Kevin Du hast das vergessen mit mir Devin und Dings Pistol Drops Ja, ich leg Ja, wo bist du hier? Lass mal, äh Lass mal ein A Splitch spielen, okay? Ja, ich nehm Lass mal langsam eine, die mich vorhin so links da Ich smug diese Kante weg da, okay? Ich geh mal kurz, ja? Ich geh mal kurz, ja? Ich kam für das unten kurz Ich kam für das unten kurz Ich kam für das unten kurz Ja, im Matchfall Aber wir sind Holztüren Hier muss ich hin und da Flasht 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 Ja, ich bin schon kurz, ich bin schon kurz Ihr müsst jetzt mal langsam Grobe, grobe, grobe Ich flasht das halt krass, ich flashe euch und ich bin der Erste Ich hab auch geflasht, Mann Ja, was macht der andere da? Ja, das ist Schwendi Gebel Alter, das ist so schlimm, Alter Ich bin auf jeden Fall am Boosted Silver gerade Ich weiß gar nicht, was irgendwie los ist Leise jetzt bitte, leise jetzt bitte Nice Könnt ihr holen, Alter Ich bombe, das ist wichtig Ich schenk es mal direkt in das Das Cutters kann halt kommen, ne? Ja, deswegen stehe ich auch so ewig Genau, unter das Loch stellen und zweiter Stein oder so Ja, oder so Cutters kann halt kommen Viva, wenn du dich ans Loch ste- Äh, Cutters Geh mal bitte Flasht den, vor B Ein Loch gedeckt fest Et Viva, was? Warum? Et Viva, Mann! Et Viva, Mann! Ja, Sandro muss einfach nur da stehen bleiben Ja, ich wollte halt nicht, dass der da Loch facet Ich kann ihn ja nicht covern, wenn er an Sandro rutscht Ja, dass wir doch so ne schnur Loch haben Du hast es doch gedeckt Ich geb ihn auch noch 55, Mann Du musst dich gar nicht bewegen Ja, komm Normal Ja Christian muss einmal legen Bendy, Bruder, mach mal ein paar Leggeschütze irgendwas, Mann Du musst mal wieder herkommen jetzt gerade Lass nochmal lang bitte so probieren Alter, Bruder, du hast Du verstehst nicht Die haben gespielt, glaube ich, oder? Ne, das ist meine Ne, das ist meine Ich kassier, ich komm und ich kassier, Alter Oh mein Gott Lass jetzt, Mann Unspot steht Unspot steht Unspot steht Einer ist mitte unten mit Awe, mitte unten mit Awe Lass da mitte mit Awe Lass da mitte mit Awe Lass da mitte mit Awe Okay Nice Nice, Mann Sehr gut Haha, spendiert Kann einer droppen für mich Im Commander Ich spiel jetzt erst mal Danach ein paar Stunden Kein Systeme Irgendwas anderes Lass killing Flo Irgendwas, bitte Ähm, ich gas nochmal lang raus, okay? Ja, okay, ich komm nochmal mit Nächstes Ja, ich gelo Wolle Soll ich P-Komme gekommen, oder wohin? Ja Wir peaken jetzt erst mal Könnten ne Eco haben, oder? Ja Guck mal, ich guck ganz woanders hin, Alter Kurz auf Wie aim ich denn Richtung Kurz? Grenade Oh Er passt auf Ein langes umgedeckt Ja, ja, ich weiß Danke Blind, Alter I'm throwing smoke Wir haben ne Eco Wir müssen nur zusammen irgendwo hingehen Ich bin auch auf Ich bin auch auf Katas Komm mal wo kurz her Kurz auf Spot gesmoked, chill Dank Lass, ich würde Wg in B Wg in B Noch einer lang raus Noch einer lang raus Wo denn Er ist schon Richtung T-Spawn T-Spawn einer T-Spawn Einer B Wg in B Okay, Ging B Ich komme Die B ist da Nice B ist frei, bitte rein, bitte rein, beide, 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 beide lower Nice man, sehr gut, auf geht's Atex, aufgeruhts Alter, dieses Match, gute, auf geht's Atex, auf geht's Ja, das ist, auf jeden Mit Todesblind gerade, Mom Einer verschiebt schon Vor Tür, vor Tür noch, vor Tür Loch, 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 raus Noch rein Nice, Deko Ja, Bruder, 4 zu 3 jetzt, jetzt fick ich dir mal So low Bruder, 4 zu 3, guck jetzt, guck jetzt Komm, geh doch vor B ist frei, Leute Das ist mein Mate, siehst du, siehst du, sogar, ich bin so gut, wie du hast den Kipp Sogegeben wollte, Alter Guck jetzt, guck jetzt, guck, 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 guck Guck jetzt Oh mein Gott Torhund, Mitte, nicht, nicht Mitte raus, lower rein Torhund wieder, der ist close in den Torhund Hast du das gesehen, Bruder? Der ist jung, Alter, dieser Junge Guck jetzt, guck, 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 lern jetzt, lern jetzt, lerne Bruder, lerne jetzt Er hat 0,25 Links Ratio Bruder, ich kann von mir aus 0,10 haben, in den nächsten zwei Runden hol ich die Fussgelze auf Ey, lass nochmal B, oder? Kommt hier mit Er will mich aufholen B? Ich finde das nicht schön Ja, der mag B Ja, der mag B Ich flasche rechts 4 zu 3 W, das ist mein Kipp Nein, der zipp ist, du musst einfach weg Ähm, go on, on, spot, go on, on, spot Oh, der sind, der ist ein Ja, scheiße Ja, das wird nichts, oder? Noch einer links Einer Loch, einer on, spot Hat das gedeckt? Einer Plateau, einer on, spot Einer Schiebiss Aber wie spät der Schieb, Mann Ich würde nicht B rushen, ich würde eher wieder A spitten, oder sowas Das ist besser Wenn dann er select B Ja, ich kann auch auch gleich schweben, Mann Man, der holt das jetzt Mit gesteppt Gib's zu, du, weil das grad rechts guckt Äh, äh Alter, diese Map Diese Voll anstrengend, ne? Aber wie könnt ihr die Schieb Boah, du warst drauf, Alter Ja, du warst auch drauf Ja, ich würde Ah Junge, Junge, Junge Überrechte was anderes Kann ich nach, kann ich nach einem langen Nein, ich Das ist ja hier Das ist, das ist ja hier Lang? So, ich camp, ich camp in B ab, falls wir push für das Runden B Also rechts geht bitte A auf Und spinnen die sich denn jetzt Na Ja, ja, weil ich jetzt 4 zu 3 hab, Bruder Guck einfach, staune Ja, guck einfach, Bruder Und schauen Er ist tot Niemals werde ich das Das sind A für die Spielen, go Go, 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 go Stop Rotate bitte auf A wieder Mach zusammen was, Mann Deine war ZT Deine war ZT Zusammen Woll, aber Crystal, dein Aimhold, what the fuck Nice, Kevin, dein letzter war ZT, glaub ich, oder? Das ist vb Nice Ja, ich spring grad eher damit, ich spiel zu Sachen, wo ich hin aeimhoofs, Alter Aber Alter, wenn du ein Gegner holtest, legst dir ne Wasser Ich bräuchte auch, ja, danke Ey, können wir jetzt nochmal einen schnellen A-Splitch spielen, ohne lange rumzugammeln Ja, okay Weil das war grad wieder sowas wie, äh, keine Ahnung Du leid Ich spiel nicht so geile Maps, wenn ich nicht da Dreier lang Auf zwei Wollen wir wegen? Puschen die lang? Nein, 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 ich will kurz durch Ich will kurz durch Nein, warte mal, das ist keiner Grube Keiner Grube spenden Ich leg für lang Ich war der deshalb Nee, keiner Boah, Alter Ja okay, ich hatte Top Spawn Pass kurz auf, okay, dann sorry, Mann Bleib lang Egal man Ach einer Ich hab ihn so hart mit der HE gegeben Bitte ne Kann ja einer was legen Ja Ein Vieh liegt Da AK Hier In der Mitte Kannst du die 4 droppen? Irgendwann? Muss die Commander sein Commander droppt die 4 Die ist die 4 Wir haben kurz abgesmokt Abgeschmockt Können wir einfach mal Mitte raus Baseplit spielen Kann man machen Wir sind 2 Fahrers auch im Pass Gerade richtig gut Sagen kein Push Ja lass den Baseplit spielen Lass den Baseplit spielen Kann einer smoken hier? Ich hab keine smoke mehr Ich hab auch keine smoke Warte 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 Wir haben die Bombe Guck mal die Bombe hier Guck mal die Bombe noch hier Warte Warte Ja äh CT Rechts Und zwar auf der Kiste Darum läufst du raus Die sind mit dabei Wollen wir dann trotzdem D gehen noch? Ja aber das Kann aber auch auf der Kiste Auf der langen Kiste Auf der langen Kiste Nicht mal vor Und Spot Hinter dir Cutters Und Tür glaube ich Ach Ach Das ist der Tür Hast du den gehört? Mann Ich hab ihn nicht gehört Cutters leider Jetzt runter Auf Gittertel Einmal liegt Ja wo? Kevin Das ist doch mal ein A-Split Ein A-Split Ein A-Split jetzt nicht schnell A-Split A-Split bitte Ich geh über Cutters kurz Ja A-Split Die anderen langen dann Geht lang Drei lang Drei lang Okay Wow Facken Oh Fisch verworfen Flach links Fisch verworfen Fisch verworfen Fisch verworfen Fisch verworfen Der kommt jetzt mit Zusammen drauf Garten Fierer Toll Grenade I'm running Down One Spot Is down einer Drei Drei Base Bommel 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 Noch zwei Base Mann Drei Base Alle Base Fisch Werde zur Legende Haben wir jetzt einen Pro-Gamer hier? Ey Der hat mir grad einen Jumpshot hit gegeben Ach Mann Unser Pro-Thrones Krass Alter Nee Mann Der Spendi Alter Nee sorry Ey Neues Andere Map Sag das dem Mann Ich will noch ein Match machen Guck mal jeder zweite Mann Ich brake Spendi 7 Nee Ich bin gegen nichts Alter Dieses Ich bin gegen nichts Spendi Malm Er macht 1 und 5 Die ist ultra brainfuck Mann Du glaubst das überhaupt nicht Ja ich sehs grad aber Das ist bricht doch Ey Bitte gern nochmal spielen Alter Jetzt hab ich mich dran gewöhnt Ja eben ich auch Ich brauche Oder Ich brauche Ich brauche Ich bin einmalig Ich brauche